Ich stamme aus Längede. Das ist ein ganz, ganz kleiner Ort in Niedersachsen, in der Nähe von Braunschweig. Wohin reisen Sie? Ich reise als nächstes nach New York. Das dauert allerdings noch ein bisschen. Es wird im Dezember sein, um dort die Adventszeit zu erleben. Wohin wollen Sie unbedingt? Ich will unbedingt noch nach Japan, möglichst im Frühjahr zum Kirschblütenfest und nach Südafrika und dort eine Safari machen. Was kommt in den Koffer? In meinen Reisekoffer packe ich immer eine Schlafmaske, denn ich kann nicht so gut im Hellen ohne Jalousien schlafen. Ich brauche also immer ein stockdunkles Zimmer. Das klappt damit sehr gut. Wer soll mitreisen? Als Mitreisenden wünsche ich mir eigentlich immer meinen Freund Daniel. Denn wir sind einfach das perfekte Reiseduo, was sich während der Weltreise absolut gezeigt hat. Aber wir haben es halt auch schon geschafft, auf vier Quadratmetern mehrere Monate gut miteinander auszukommen. Und ich glaube, das schafft man nicht so einfach mit irgendwem anders. Ihre prägendste Station? Die prägendste Station in meinem Leben war die Weltreise im Jahr 2017. Das war von vorne bis hinten Abenteuer pur. Ich würde es jedes Mal wieder so machen. Ihr Lebensziel? Mein Lebensziel ist es immer glücklich und zufrieden zu sein. Ganz einfach. Ohne viel Palabra. TURI 2 Edition – Inspiration für Macher TURI 3 Episode 5 TURI 3 Vielen Dank.